Musik Mein Vater hat an 87, 88 hier in Gehren ausgesiedelt und an 93 haben dann Salgnis und ich diesen Hof übernehmen können. Ich werde dir jetzt seit 10 Jahren Migros Basel Kürbis liefern. Der Kürbis ist sehr gerne warm. Das heisst, während dem Sommer braucht es einfach viele Sonnenstunden, damit er abreifen kann. Das ist der Spaghetti-Kürbis. Der Kürbis ist noch nicht ganz, ganz reif. Der Stengel ist noch grün und er hat auch noch grün an der Schale. Und wenn er dann reif ist, ist er ganz geil. Und der Stengel ist durch und verholzt. Wir bauen knapp 50 verschiedene Sorten Kürbis an. Davon gehen sechs in die Migros. Wir haben diese sechs Sorten, die wir dem Migros liefern. Der Musque, Musque de Provence, kann man im Migros aus Schnitz kaufen. Eine schöne Farbe drin. Das ist der Butternut, sehr vielseitig verwendbar. Suppe im Backofen oder in der Pfanne. Der Orange Knirps, der hat auch eine wunderschöne Farbe. Ich selber mische diese drei sehr gerne für Suppen machen. Dann haben wir hier den Spaghetti-Kürbis. Wie es der Name sagt, man kann den Spaghetti-Kürbis zubereiten. Das hat man Spaghetti im Dauer. Man kann es mit einer Tomatensauce drauf. Oder einfach sonst aus Gemüse. Ich bereite ihn im Stimmer oder auch im Backofen zubereiten. Dann kann man das so lösen. Dann hat man Fäden, wie bei der Spaghetti. Dann der Akkorn. Ich finde das auch ein wunderschöner Kürbis. Der gibt es auch in verschiedenen Farben. Der ist sehr gut die Rolle zu messen. Und das ist der Füll- und Bach. Oder wir sagen einmal Mikrowellen-Kürbis. Den garen kann man mit irgendeiner Füllung nach Lust und Laune. Spaghetti-Kürbis Untertitelung des ZDF, 2020